Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, NiceIsMarkTV. Heute zocke ich wieder das Uno-Game mit meinem Freund, KingOfBuddy. Hallo! Und der kommt jetzt auch online und dann zocken wir wieder miteinander richtig geile Games, Alter. Warte, ich muss auch kurz Aufnahme starten. Jo Leute, jo Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Uno. Ja, wir werden wahrscheinlich bald, also wahrscheinlich morgen wird etwas anderes kommen, außer Uno. Aber ja, wir starten jetzt einfach Uno. Ich hab schon eine Party gemacht. Ja, ich tschau dir mal, wie heißt sie? 1,2,8. Abonniert auch KingOfBuddy 3,7. Und zwei. Jo, mit dabei ist halt auch der NiceIsMarkTV. Bitte abonniert den. Ja, ja. Jo. Okay Leute, ich fang an, mach mal eine Party an. Ich glaub ja, ich was ihr denn. Ne Leute, ich gewinne. Ja, ihr wisst ja, das Spiel geht, die wir uns lange geworben. Und dann, hier und dann. Leute, ihr seht, ich bin gerade so in Führung. Nein. Oh doch. Oh scheiße. Äh, der hat Club gehackt. Äh, ich hab gewonnen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Weil, guck. Oh, jetzt, ich hab noch eine Karte. Ja, man weiß, dass die rot ist. Dim, 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 dim. This is the one. Bom, bom. Leute. Ich hab, wie sowas sieht. Ta. Nein, die hat Uno getrunken. Ganz schnell Leute, im letzten Moment noch Uno getrunken. Kacke hat gewonnen. Oh nein, Leute, doch nicht. Lack ist wieder am Start. Waaah. Ich hab jetzt so, Alter, wenn du das sehen würdest, Marc. Ich guck nicht. Leute. Ich rasier sie jetzt. Ich rasier sie jetzt. Leute, ich rasier ihn. Ich rasier ihn. Ich rasier ihn. Ich rasier ihn. Endlich konnte ich was legen. Endlich konnte ich was legen. Endlich konnte man nichts legen. Juhu. Los. Ah, endlich. Ich wechsle die einmal. Vielleicht immer was da sagen, was ich da drauf lebe. Auf deinen Nacken, Bruder. Konnte nicht mehr legen. Sag auf deinen Nacken. 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 Ich hab' einen Schreifen gemacht. Leute, mach' erst ein Schreifen. Nein, was hab' ich gemacht? Ich hätte das zwei Flüssige durchgegeben. Ich glaube, was macht's? Der Glas ist auf der Geburt. Da haben wir noch eine habe ... Willi, ich hab' einen und Fang mit dir. Gönnen! Na, mal! Und noch ein Kuh. Wir haben zwei Haaren. Wir haben vier. Ja, englisch! Ich bin englisch. Ja, englisch! Ach nein, jetzt. Oh, das ist wirklich nett. Oh, das ist wirklich nett. Da bin ich noch! Ich würde lieber noch ein Messer tun. Hallo! Hallo! Ach! Ach nee! Hallo! 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 Wir machen wieder 3D, was wir jetzt nicht einmal sind Wir müssen das eigentlich mal mit 4 Leuten machen. Ja, und wen noch? Ja, mach 4-4. Leute, hoffentlich gewinne ich jetzt. Nee. So, Leute! Also, jetzt bin ich ganz bloß. Jetzt bin ich ganz bloß. Jetzt bin ich ganz bloß. Leute, jetzt seht ihr, es ist böse. Wir treffen schon böse. Wir haben einen Klaren mal anders geplant, als er war jetzt. So? 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 Danke für die Blaue. Sehr gut. So? 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 Yes! So? So? Und der Winner ist... Ja, der Winner! Der Winner! Aber jetzt ist das entscheidende Spiel. Oh, oh, oh! Oh, ich hab die geilsten Karten der Welt. Oh, aber ach, warte, ich gewinne jetzt. Oh, ich hab schon mal richtig gesehen. Oh, es klappt ja nicht. Oh, du bist ehrenhaft, du bist einfach ehrenhaft. Wenn du mich mit einem Lampfkopf hast, ist das nicht so gut. Oh, du bist ehrenhaft, du bist ehrenhaft. Ja, ich hab' auch noch einen. Oh, du bist ehrenhaft. Oh, du bist nachts, ne? Oh, du bist ehrenhaft. Ich hab mich verlegt, ich hätte dich so was lieben können, ich hätte dich so was aussetzen können und dann noch die zwei Karten. Dann wäre zu viele Karten. E.M.I.R. 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 So, so. Wann also? Wann musst du so gehen? Es ist so. Mami, du bist auch so glücklich. Jetzt komm! Es ist so handy. Oh nein! Wie geht's? Nein, nein! Ey, das will das nicht hier, aber ich weiß! Ja! Mann, Mann! Willst du mal? Hab ich! Ja, du bist immer noch dran! Mann! Woher sind wir immer? Die Ländchen! Ah! Das ist die Scheiße! Alter Leute! Wir haben zwei Karten! Das ist ein Boot! Das kann er jetzt nicht gehen! Oh, ich hab gefunden, Leute! Juhu! Ich hab jeden Abend-Gener! Natürlich mach ich in jedem Video! Das ist halt so! Folgt mir bitte Leute! Folgt mir bitte! Und dann würd ich mal sagen... Bis zum nächsten Mal.